Für Hessens gute Zukunft habe ich dafür gesorgt, dass Hessen ein starkes Netzwerk hat, sowohl in Brüssel als auch in Berlin. Hessen ist ein starker Standort. Wir sind mitten in Deutschland und mitten in Europa. Deshalb geht es darum, dass wir die Interessen für unsere Menschen, für die Unternehmen, für die Wirtschaften, für viele andere Bereiche umsetzen. Dass wir sagen, was uns berührt, was uns bewegt und was gut geregelt werden muss. Deshalb schalten wir uns ein bei Gesetzgebungen sowohl in Brüssel als auch in Berlin und natürlich bei vielen anderen Gesprächen.